Ich muss, ich muss, ich muss... Ich habe heute das Dech... Mit! Es wird alles gut. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Hilf mir, du bist doch so ein Frauenkenner. Ja, also, es hieß doch, ihr trefft euch um halb 8. Nein, um 37. Oder 30 vor 8? Ja, halb 8. Nein, 37! Okay, Entschuldigung, wie dumm von mir. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das muss perfekt werden. Perfekt! Perfekt! Schau, da kriegst du doch schon mal ein Mädchen. Ist doch ein Ort. Sie ist 14. Und? Okay, klar. Geistig seid ihr ja auch in seinem Film. Nein, tut mir leid. Tut mir leid, tut mir leid. Sie ist geistig höher als du. Nein, ich kann nicht! Ich brauche deine Hilfe! Bitte! Ich kann nicht! Du bist so ein besserer Freund, du musst mir helfen! Du musst mir helfen! Du musst mir helfen! Ja, ich helfe dir! Ich helfe dir! Ich helfe dir! Ja! 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 Was soll ich tun? Okay! Äh... Äh... Du... Am besten... Du bist immer da! Am besten... Am besten, wenn du Verkäufer wirst oder so! Du sagst mir immer, was ich sagen soll! Du bist irgendwie immer im Hintergrund... Ja? Ja, und wie soll ich's jetzt anstellen? Ich erzähl dir alles in Lied aller Ruhe! Was?! Wo bleibt er denn schon wieder? Wir hatten noch um 7.30 Uhr ausgemacht! Also wirklich! Auf nichts kann man sich mehr belassen bei diesen Männern! Hi! 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 Es war um halb 8 ausgemacht! Ich dachte um 7.30 Uhr! Ja! Oh! Verdammt, man hat mich halt gelb! Tut mir leid, tut mir leid! Hat mir jetzt gelb! Ja! Hoffe ich mal! Ihr seid doch nicht so brauer! Ach, dir kann man doch nicht brauer sein! Ich bring ihn um! Ja! 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 Ich bringe die Römer! Ich bringe die Römer! Ja! Ja! Ich bringe die Römer! Ich bringe die Römer! Ich bringe die Römer! Ich bringe die Römer! Ich bringe dich zuel! Wir bl Hmmmm! Ich bringe dich banal Nyehle! So was hab ich ja schon lange nicht mehr gesehen. So ein hübsches Monderl. Dankeschön. Und so ein hübsches Weiberl. Danke. Was trägt's denn so ein ziemliches Paar? Äh, spazieren geht. Na, Mai. Wissen's, früher ist mein Ma und ich, wir sind auch immer spazieren gegangen. Das war so schön. Du wärst schon hier. Mai, sie riechen so gut. Finden's nicht? Derf ja mal riechen. An ihrem Hals. Mai, kommen sie runter, ich kann nicht hoch. Sie riechen schön nach drei von einem alten Mensch. Mai, das ist aber richtig lieb von Ihnen. Ich hab, ich bin ein bisschen heißer. So ein hübsches Weiberl. Na, wissen Sie denn den Altersunterschied zwischen euch beiden? Ja, richtig. Na, natürlich. Mai, ja dann. Sagen Sie ihr doch mal was, Schätz. Was? Na, ja. Ich hab' nicht mehr verdankt, weil ich fast nicht. Ich hab' nicht mehr verdankt, weil ich fast nicht. Ich hab' nicht mehr verdankt. Danke. Das war aber nicht so lieb. Hilfe. Nein. Mei. Ich glaub' ich muss jetzt wieder weiter. Ja, die sollten sich ausgebefallen. Doch die haben so zusammengefallen. Dann machen's mal gut. Ja. Mai. Viertel. Viertel. Hey, das ist echt. Vieles Wetter heute nicht da. Fandest du nicht die Oma so aus wie wir machen das Video? Nein. 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 Und doch mal... Nein. Dann hab' ich mir das wohl nur eingebildet. Du bist mit mir hier. Alles andere ist unwichtig. Okay. Wie sagt der? Klapp. Ah! Zitrono! Nettes Kleidchen, Bruder Hermann. Halt an uns! Und nette Mütze! Oh, der wird sauer! Tja, liebe kleine Geschwister... Warte, ich bringe das halt bespotten! Da! Diese Oma-Freund, die hat mich echt an Mandarino erinnert. Guten Abend doch! Wir geben ihnen diese Cola und wünschen die Cola! Gibt sie da auch? Aber für die wunderschönen Fahne auch, Ritiko! Irgendwie, irgendwie erinnern sie mich an Ritiko! Ah, na! Es ist Luichi! Ja, wir haben sie noch nie gesehen! Ich bin Ritiko! Okay, dann muss ich mich wohl geirrt haben! Oh, oh, was haben sie da an der Ohre? An der Ohre! So eine schöne Manni! So eine schöne Frau! Ich bringe was, was kann ich das Essen bringen? Nudeln! 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 Okay, bin ich jetzt hier Nudeln! Du hast ja schönes Frau dich je gesehen haben! Ja! Das will ich jetzt! Komm! Hier haben wir hier eine Nudeln! Eine Male und eine zwei Male! Okay! Die beste Nudeln hier! Super! Super! Du kannst es auch nicht essen! Danke! Danke! Keine Probleme! Ich bin jetzt in der Volltrottel! Ich habe die Frumatje vergessen! Ich habe die Frumatje vergessen! Drehse! Undенд терри Türen! Und schöne Hände auch nicht gucken! Urgh! Jaa! Werde du! Mit Geschwärchen! Das ist so schön. Na, heute läuft die Schule. Ja, heute läuft die Schule. Hallo meine Lieblinge, was sagst du auch, Mann? Du hast so wunderschöne Augen, meine Lieblinge, so wunderschöne Augen. Marika? So wunderschöne Augen hast du, meine Lieblinge, du bist die beste Frau der Welt. So wunderschöne Augen. Ich finde den gern lustig, ich mag ihn, aber irgendwie erinnert er mich auch in meiner Region, ich weiß auch nicht. Wer geht's denn jetzt mal? Ach ja, habst du dir so wunderschöne Augen hast, die ich, dass ich je gesehen habe. Danke, Frau. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll, mit diesem Kompliment, wie du mir warst. Nimmst einfach hin. Das macht man doch nicht, das ist unhöflich. Also du Trau, ich weiß nicht. Irgendwie wird das mit uns zwei nichts. Wieso? Ich hatte heute den ganzen Tag, ich weiß nicht, ich habe mir eingebettet, dass wir eisen. Mandarino, ich meine der Kellner, die Oma, die sagt, ein Mandarino, nee, ich glaube es wird nichts mit uns, nee. Dann geht das zu deinem Mandarino, wenn du ihn so sehr begehrst. Das tut mir wirklich leid, wenn du bist ein netter Klam und sowas. Das geht einfach hin. Ich gehe das schon. Aber danke, Frau, für den wunderschönen Tag. Hey. Hi, Mandarino. Kann ich mich setzen? Ja, klar. Na, ich habe gehört, du hattest ein Date? Ja, mein Traum. Aber das lief irgendwie nicht so. Ich hatte ständig irgendwelche Altbildungen. Da war so eine Oma oder so ein Kellner. Sie sah alle aus wie du. Eine Oma, die so aussieht wie ich. Ja, ich will damit nicht sagen, dass du wie eine Oma aus bist oder so. Ich meine, sie sah echt cool aus, die Oma. Danke schön. Die Oma sah cool aus. Okay. Ja, und ich glaube, da geht das einfach so traurig. Du, ich glaube, du musst da was wissen. Ja, das war mir so klar. Was willst du noch? Willst du jetzt noch weiter in meinen Herz vom Trampel? Ja, aber das hat er nichts gebracht. Ja, ich dachte, das war nämlich fast ein Griff. Ja, er hat mir die ganze Geschichte erzählt. Er hat gesagt, ich soll nicht so zu viel sein. Du hast echt einen guten, was ich wollte. Ich habe aber doch einen Kurs gekauft. Genau das. So süß eigentlich. Oh. Ja, die Oma. Ich glaube nicht. Das würde ich echt nur für meinen besten Freund tun. Anscheinend, jetzt haben wir wohl keine Probleme mehr. Ja. Wer hat dann gezahlt? Wir wollen jetzt gehen, vielleicht nur auf den Nachttisch. Sie haben ja gar nicht bezahlt. Puh. Nein. Nein. Untertitelung des ZDF, 2020